Damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty Ghosts. Wir spielen Alien Modus. Ich bin wahrscheinlich mit dem Spiel drin. Und die Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben gestern auch eine Folge rausgebracht. Und ich habe zur Zeit ziemlich wieder Lust auf den Alien Modus. Und der geht meistens immer so kurz, leider zu kurz. Aber man überlebt da leider auch nicht so lange. Weil die Viecher einfach viel zu stark sind. Es kommt immer wieder viel mehr dazu. Da oben schon wieder die Eidechse. Ich weiß gar nicht, wie die ungefähr heißt. Woher kommt der? Bis jetzt geht es ja noch. Irgendwo war Geld. Hier war Geld. Woher? Die attackieren mich eiskalt. Die würden mir sogar ans Gesichtsspringen. Das weiß ich jetzt schon. Bleib stehen. Ah Mann. Ziel muss ich besser können. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Aber die reicht nicht. Genug aus. Hier war da irgendeine Waffe. Seine verletzt. So finde. Yeah. Jetzt werden es mehr. Ist es da ein Raketenwerfer? Ja, es ist ein Raketenwerfer. Pain. Yeah. Geht weg. Marienkäfer habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ist es bis jetzt noch guter? Da ist schon ein Marienkäfer. Sind sie tot? Das müssen habe ich jetzt nicht bekommen. Der ist ein Sonnenweiner. Hallo Marienkäfer. Nehmen wir die Waffe. Was geht es überhaupt? Ne, darunter komme ich nicht. Das sterbe ich bestimmt. Marienkäfer. Ins Gesicht. Da oben noch. Sehr gut. Den haben wir. Ah, müssen nachladen. Da kommt einer. In dem Fall sehr actionreich. Wir überleben es bis jetzt schon noch. Halt, wie lange. Wie gesagt, die Gegner kommen auch immer total verrückt. Und die kommen auch so richtig stark einen rein. Dass es einem zu viel wird. Kann ich mich selber als Marienkäfer? Ja. Hat mich geheilt. Oh, der muss sterben. Ah, Marienkäfer. Mist, hat nicht genug Geld anscheinend. Das ist auch noch eine Waffe. Hier ist so ein Elektrozaun. Das können wir auch noch benutzen. Bis jetzt haben wir noch keine Waffe. Oha. Wo denn? Wer ist einer? Ich habe wahrscheinlich noch nicht alle Waffen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Fast alle. Meistens nehme ich auch immer wieder die gleichen. Weil die eigentlich auch richtig gut sind. Wo seid ihr? Da ist einer. Das dauert wieder eine Weile, bis die Menge wiederkommt. Und dann kommen wir mir nicht mehr klar. Und dann sind wir wieder tot. So wie es aussieht. Wir sind wahrscheinlich zu viert. Ich habe darauf gar nicht so geachtet, wie viele Spieler wir jetzt sind. Was? Das sind auch noch zwei. Da kommt ja alle her. Immer wenn ich mich umdrehe, sind welche da. Bleib liegen. Da ist eine Waffe. Hätte ich mal auf. So, die zieht richtig gut. Da kommen wir hier reingesprungen. Den Elektrozaun. Sorry, ich habe mich gerade versprochen. Den will ich noch benutzen, aber kostet zu viel. Hände mir. Wie kostet der überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht so nachgeschaut. Bestimmt 2000. Ja, 515, nicht 2000. Ja, geht eigentlich. Aber euch könnte ich mal nicht kaufen. Machen wir es einmal. Wieso nicht? Kann man immer wieder mal benutzen. So einen Elektrozaun. Und der Riese. Geh weg. Boah. Schrott. Schrottflinde. Alle Marinegeber. Da ist noch mal einer. Woher kommt die überall her? Die werden alle respawned. Äh, das ist doch ein Elektrozaun. Und das ist ja schon wieder aus. Ich glaube für 550 Dollar. Wurde es auch nicht so viel bringen. Wahrscheinlich das, was mehr kostet. Jetzt bleibt doch stehen. Ich renne dir hinterher. Muni, habe ich noch genügend? Ja. Äh, stirbst du? Oder was ist ein Riese? Wäre ja auch möglich. Yeah. Komm her. Nein. So, jetzt hier oben. Die Viecher sind überall. Hier ist einer. Sogar zwei. Wieder zum großen Viech. So nahe an. Ja, was nehme ich jetzt für eine Waffe. Der Raketenwerfer. War ich auch hier oben. Boah. Ja, Raketenwerfer. Ah, weg. Weg. Ciao. Was hier lebt noch? Was? Tschüss. Tschüss. Hast du erlebt noch einer? Das ist doch eine Verarsche, oder? Wie viel soll ich denn jetzt noch drauf schießen? Ja, ich habe ihn gemessert. Ich habe noch einen. Und dann eben die Waffe. Die ist nicht ganz so gut. Boah, das ist jetzt eine Menge. Ich komme hier gar nicht mehr in der her fast. Ich habe noch Gott sei Dank Granaten. Granate. Boah. Ich komme gar nicht mehr in der her. Das ist mir viel zu viel. Die Frage ist jetzt, wie lange wir das noch überleben. Boah. Marienkäfer. Boah, das hat jetzt explodiert. Kann mir einer helfen? Viel zu viel. Ich glaube nicht, dass man einer helfen kann, weil das sind viel zu viele. Was? Einer hat mir doch noch geholfen. Sehr gut. Nehmen wir die Waffe. Ich versuche, dir zu helfen. Hä? Wieso kriege ich dir? Okay, hat sie wahrscheinlich selber geheilt. Das geht ja auch. Oh, nein. Yeah. Habe mich wieder befreit. Was? Ich komme. Das ist viel zu viel. Ja, das war viel zu viel. Ganz ehrlich. Da muss man ja nur noch verregen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am nächsten Fall. Let's play Call of Duty Ghosts. Alien Moders. Bis dahin, Leute. Ciao.